hallo leute wieder eine runde roblox und heute mal als gott wir werden heute der blitz gott und ja wir kaufen uns hier irgendwie mal du aber würde ich sagen 75 waffenblock die mauer brauchen wir erstmal nicht ich würde sagen wir sparen erst mal kurz auf 120 50 natürlich nicht 10 dieser sound kann man das hier irgendwo aus nee das ist nicht ist in den dünnen dünnen jetzt abgeräte für 300 noch mal über 1000 ok das haben wir auch gleich schon was wie schnell man jetzt einfach geld ich sag 1000 euro 1 250 er dieser zauber das geht ein augen sagt schuldigung ich kann nichts dafür aber es macht die ganze dünnen 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 ich mache das hier an so in den dünnen dünnen wofürmann kann was lernen ich glaube aber schon so 15 mauer und dort dann noch mal noch mal 900 treppen kaufen und inhalte so ach so ich kann die treppen ja schon holen holen wir die mal zweite etage bei 1500 so so holen wir uns mal die beiden sachen hier zweite etage ok 4000 brauchen wir die tausende in den den machen wir die musik nach haus wieder also ich freue noch jetzt jetzt habe ich die kohle so 4000 5000 das nächste jetzt habe ich im mikrofon einmal ich muss ja sowieso was gucken musik es funktioniert ja okay reicht auch so mir fehlt 100 ernsthaft in 104 mir ich muss diese musik wieder machen dies so geil es ist glaube ich von minecraft ne ja es ist von minecraft äh 7500 in den winken in den 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 man die von hinten ist auch egal glauben wir uns mal das hier die musik stört warum noch mal 7000 in den denn 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 dieses spiel ist ja eigentlich geil aber dieses in den 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 betriften die zimmerleute tt ich wollte gerade zu diesem teil und gehen und dann Aber irgendwie macht die Waffe hier nix. Ne. Ah, doch jetzt. Okay, ich lass sie mal in Ruhe, würde ich sagen. Ich würd mal sagen, ich lass sie mal in Ruhe. Ich hab auch grad nicht gehört, weil sie ein Mikrofon angemacht hat. Ja gut, wir haben auch fast 20.000, warum nicht? So, kommen wir uns hin, den Upgrader. Und ja, 10.000 hab ich nicht, da fehlen wir 800. Aber jetzt hab ich sie. Nice, 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 wir gehen auf, wir gehen auf. Da kann ich doppelt jumpen. Mir fällt mir grad auf. Zack, zack. 3500. Okay. Aha, aha, aha. Was wollen sie hier? Die... Hallo, hallo, hallo. Guten Tag, Sir. Sie hat sich, glaub ich, gefreut, dass ich gesprungen bin, aber, naja. 12.500, okay. Ding, 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 ding. Ich hab jetzt ein Ohrwurm. Also eigentlich, wenn man das Geld abholt, kommt dann immer diese Nachricht. Aber irgendeiner tut wahrscheinlich immer diesen... ...Ängst abholen, oder sowas. Den Mega-Donner-Twerper. Für 15.000. Das schmeckt, würde ich mal sagen. Äh, 12.000. Ne, warte mal. Das ist dumm. Ah, 15.000, wollte ich schon sagen. 12.000. Ja, und Leute, wir sparen mal kurz auf Geld. So, Leute, ich hab ein bisschen gespart. Wir haben jetzt fast 60.000, das heißt eh nicht. Aber egal. Und jetzt haben wir uns hier mal... ...das ist hier. Bam. So, dann ein Waffenblock, ja. Mhm, Mauer. Zack, zack, zack. Äh. 7.000, 10.000. Und ich hab kein Geld mehr, perfekt. Der Blitzstab. 7.500. Zack. Hallo. Oh. Wow. Bam, ich bin der Gott. Der Blitzkopf. Nee, ist aber echt nice. Und was ist das hier? Oh. Hey. Okay. Haben wir einfach fliegen. Din, 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 din. Oh, yeah. Okay, 7.500 für den Blitzstab. So, 15.000 dafür. Ich würde sagen, wir fliegen hier erstmal ein bisschen rum durch die Stadt. Moinsen. Moinsen. Ich zische ab, ich zische ab. Einige, das ist eigentlich voll geil zu fliegen. Ddddd. 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 Warum singe ich jetzt Star Wars? Schüss. Ddddd. 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 Ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd okay da sind wir wieder laufen wir mal hier kurz dahin und wir haben schon wieder 50.000 warum nicht also ich komme nicht um die für nein ich will nichts kaufen 15.000 treppen 20.000 was kostet das hier oben 8 block kaufe dekoration kaufe dekoration 20 45.000 wir sparen es noch 45.000 dann fliegen wir hier noch mal ein bisschen rum ich sehe nichts ich habe nichts gesehen das ist unfair naja ich komme wieder immer in diesem film vielleicht ich komme wieder und dann wie sie wichtig dekoration dekoration so kaufe die letzte mauer 25.000 da muss ich jetzt noch mal hingehen das war blau er war nicht blau das war irgendwas anderes ok 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 würde ich noch mal kurz den kart und dann sehen wir uns wieder so jetzt habe ich noch das letzte geld für die letzten sachen glaube ich ich brauche hier nehme ich einmal das und einmal den blitzstrahl ja zeigungen beenden für 100.000 ok dann warte ich doch mal ok damit gehe ich jetzt erstmal zum roten Oh, scheiße. Okay. Wir klären das anders, Leute. Wir klären das anders. In der Zeit, wenn wir noch nicht die 50, äh, nicht die 100k haben. Okay, okay, okay. Er will es so. So, ausrüsten, zack. Gehen wir mal nach da unten jetzt. Hey. Jetzt. So, rot. Ich komme. Ich komme. So, ich warte jetzt, bis er nach oben kommt. So, zack. Jetzt warten wir hier oben, damit er uns auch nicht abschinken kann oder sowas. Bleiben wir jetzt einfach hier oben. Da, guck. Er kommt nämlich schon wieder mit der Waffe. Aber er kann hier oben nix machen. Hallo, du da unten. Ja. Okay, und jetzt warte ich mich. Tschüss. Tschüss. So, dann jetzt wenden wir noch den Taikun. Dann haben wir das in 16 Minuten geschafft. So. Rein da. Hey, ernsthaft, mir fehlen noch 22. Leute, wir sehen uns gleich, wenn ich die 100.000 habe. So, Leute. Ich habe das aussehen gerade gekauft, während ich hier hochgegangen bin. Aber das hier ist der, äh, den Namen habe ich vergessen. Perfekt. Alzheimer. Auf jeden Fall, das ist das, was 100.000 Euro gekostet hat. Wie zu viel, kann man das so sagen? Ja. Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und ein Kommentar. Schaut aus. Wir machen auch meinen Discord-Server vorbei. Und, ähm, der Link ist dafür in der Videobeschreibung. Und vielen Dank an die 301 Abonnenten. Ähm, hat mich sehr gefreut. Ich habe das gerade gesehen. Und vielen Dank an euch. Ähm, eventuell mache ich auch irgendwann mal ein Gewinnspiel. Dazu irgendwann mal mehr. Ich denke aber nicht, dass das bei 300 Abonnenten so passt. Sondern ein bisschen bei mehreren Abonnenten. Im 4-Stellen-Bereich oder sowas. Okay. Auf jeden Fall. Euer Sandow. Ciao, ciao.